Die Kugel wird nicht gesetzt. Die Kugel wird nicht gesetzt. Die Kugel wird nicht gesetzt. Feier, 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 Feier! Geil! Verdammt! Geil! Oh Gott, mach dich bereit für die epische Fail-Action. Ich hab meine Keeper jetzt umgestellt. Auf! Wir werden das gleich spiken, wenn der ins Target kommt. Dann nimmt ihn jeder ins Target und dann spiken wir. Ja, zwei drücken gleichzeitig. Ich hab ihm ein Target. Ich kann ihn nicht ins Target nehmen. Was nehmen wir dann? Nehmen wir die 2 oder nehmen wir die 1? Nein, nein, nein. Ich hab das nicht. Sie sammeln sich und kommen Feuer! Und jetzt Feuer! Zweier-Skill. Ist so deppert. Bear-Skill-Premier, ja. Und hier? Feuer! Linke Flanke, Linke Flanke! Linke Flanke, Leute, Linke Flanke beachten! Linke Flanke! Linke Flanke! Links einer, links einer, links einer! Linke Flanke, Leute! Jetzt hab ich eh schon dreimal angesagt. BAM! Früßt meine Speer durch hier! Das Doliak gibt's überhaupt noch! Angriff von vorne! Vorsicht! Volles Feuer eröffnen! Volles Feuer! Halt! Alles klar! Das ist gar nicht! Die packen das gar nicht gerade! Ich hab hier schon drei Folgen rum! Einfach nur AOE-Loot-Button drücken! Das geht ohne die Waffe zu verlassen! Uuuuh! Zwei Drittel HP weg von dem Eder da rechts! Kommt er da gestalft nach vor? Target Target! Einser, Einser! Zweier, wenn ihr habt! Zweier, wenn ihr habt! Haben wir eigentlich irgendeinen 15er-Buff noch am Laufen, oder? Nein, aber wir können hier einen anmachen! Das Lager wird so schnell nicht fallen! Ah, Johnny! Ich konnte bei euch keine aufstellen! Johnny muss wieder übertreiben! Ich kann bei euch keine aufstellen! Ach komm! Oui! Target Leute, Target! Sofort Fokus! Fokus! Fokus Feuer auf den! Hier, neues Target! Fokus Feuer! Die Ballister-Geräusche! Das ist cool! Da werden aber immer mehr! Ja, das ist auch gut so! Dann wird's nämlich richtig witzig! Dann steigen die bösen Zahlen auf! Was passiert, wenn man mit dem 3er auf so einen armen Infanteristen schießt? Wird man da durchschlagen und hinten angenagelt? Der ist für das Seed-Equipment! Ich weiß, aber man müsste doch in den Infanteristen auch... Also kannst du auch für normal! LOL! Jetzt geht er sich... Ich stehe jetzt nicht echt! Ich stehe mit vier Ballisten! Fünf Ballisten! Geh hin! Geh hin! Finish ihn! Es ist doch ein Yoshi! Es ist doch ein Yoshi! Es ist doch ein Yoshi! Noch eine Balliste vorne zu Jonny! Jeder, der noch keine Balliste hat! Mit einer! Danke! Warte, ich stell dir noch eine! Hast du denn grad als Dolly gefinished? Aber aufbauen musst du selber! Skyler, willst du auch noch eine? Ich hab dir eine Baustelle gestellt! Muss nur aufbauen! Ich hab' eine Baustelle! Ich hab' eine Baustelle! Macht Spaß, oder? Geht's mit dem? Fessen! Oh Gott! Wer hat so eine Krise! Mein Fester! Wann muss ich das jetzt selber aufbauen? Ach Gott! Warte, 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 warte! Und woher Zytoer-Schwerter? Ich würde sagen, ja das! Haben wir noch eine Baustelle? Ich kann noch eine stellen, wenn noch! Naja, wir haben wir ja! 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 Wohin? Links reicht's bitte! Naja, ich würde sie zwischen die beiden stellen! Ja, ich würde sie zwischen die beiden stellen! Weil wenn du sie zu weit links... Ah, da hast du das Haus im Weg! Ah ne, du kriegst das Ausfahrbar, da kriegst du noch! Aber vor allen Dingen kannst du auch da rüber! Ich pisse mich an für lachen, wenn jetzt ein Zerg kommt! Der wird so gefehlt, Alter! Das wird so ein Gemetzel! Habt ihr alle den Griffskill? Ja, zumindest der 4er, ja! Ja, der 4er-Skill, der ist echt geil, den brauchen wir dann! Wie viele Punkte braucht man für den? Ich habe auf dem Chana zu finden! Einen! Fünf! Fünf Punkte? Ja! Und dann kommt da so ein AOE-Spike raus! Und schon investiert! Ja, der ist Close Combat, ne? Damit habe ich vor uns auch gefistelt, als wir am Himmel waren! Ja, sowieso! Der ist halt wirklich nur auf einer Ebene! Den sollten aber jetzt jeder kaufen, wenn der Zerg rauskommt! Weil die Mili machen einen bösen Mili auf uns und dann können wir die echt noch einmal wegblasen! Richtig! Das ist ja schwer, wenn die da vorne stehen! Fünf Punkte war es mir wert! Was gibt's denn da noch? Range-Erhöhung von der Explosion! 10 Punkte! Ballista-Damage! 25%! Gewonnen! Oh, jetzt habe ich keine Punkte mehr! Da müsste ich doch verarscht vorkommen, ey! Ganz meines Nähr! Erhöhte Reichwerte der Ballista, das ist bestimmt auch noch nicht schlecht, ey! Alter, 25% mehr Schaden ist jetzt aber widerlich! Ja! Das habe ich auch noch drin! 25% mehr Damage und den 4er-Skill, die habe ich beide frei! Die schnellen Bolzen und das andere noch nicht! Ballista ist einfach viel zu unterschätztes Werkzeug, finde ich! Ja! Absolut! Absolut! Na, wenn du hier in dem einen Lager da Drehbuch stellst, um die Bucht aufzubadern und da stehen innen drin ein paar Verteilten, ein paar Ballisten, einfach, die kommen da nicht rein! Der Bereich schaut witzig aus, wenn man den 4er castet! Ich glaube, das alles überhaupt nicht! Target! Target! Volles Feuer! 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 Oh... Das ist ein Edel, nein! Ja, NEEN! zack kommt her leute kommt her leute ich habe den vierers gegen es gelb linke planke ausrichten da könnte ich schon gegen die wanne schießen ich habe aber nix im target ich will auch was Scheiße! Geil! Kommt her ihr Spinner! Kommt her! Na kam's! Na kam's! Das gibt's doch nicht ey! Okay Leute, aus den Ballisten! Fuck, ich wurde gemohrt! Bringt was um! Bringt was um! Tötet sie! Tötet sie! Ah wunderbar! Aus den Ballisten rausgehen! Ich bräuchte Heilung! Kommt wieder! Freunde die Leute wegmachen! Viererskill! Viererskill! Los! Bei mir sammeln! Bei mir sammeln! Jetzt! Schnell! 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 Wo bist du denn? Heilung ist durch! Heilung ist durch! Aoi ist! Aoi ist dann auf unsere alte Position! Geiler liegt! Einmal bei mir sammeln kurz! Mach dann stacken! Los! Kommt zusammen! Kommt zusammen! Kommt zusammen! Einmal zu mir! Einmal zu mir! Einmal zu mir! Ich mach ne Heel-Ulti an! Fuck scheiß Liebe alter! Einmal Richtung Ort! Einmal Richtung Ort! Einmal Richtung Ort Position! Die paar Leute hier noch! Killt irgendwas! Ich färg hier vorne! Ich bin gerootet! Tot! Scheiße! Fuck! Das machen die grad gar nicht was da abgangen ist! Kommt hinter das Haus! 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 Hier! Hier dieses Haus vor mir! Los Leute! also haben wir jetzt gerade die echten 40 50 man sagt noch ein bisschen verprügelt kurz macht das decken macht das decken und wir gehen durch auf das lager drauf in 321 und einmal durch pushen durch pushen durch pushen durch pushen bis ans bis ans lager da neu sammeln nochmal macht das decken heilung verteilen dann habt ihr fast und hier ja das ist das ist natürlich ein bisschen viel hier jetzt noch aber dort steht unser pfeilwagen im haus ja wenn die bekommen und dem haus nicht aber hinter den substraten